moin moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video von mir magnet hd auf youtube und zwar hatte ich ja angekündigt bei griffer games auf dem forum ein event beziehungsweise eine verlosung wo ihr halt drachenei biegen und 10.000 dollar für drei personen jeweils gewinnen könnt wir haben paar leute schön mitgemacht das freut mich danke an alle die da teilgenommen haben und dies werde ich jetzt verlosen in dem video jetzt halt so dann beginnen wir auch so ich sagte ja wir sagten ja also ich sagte eine zahl zwischen 1 und 10.000 reinschreiben und drei freunde markieren dann generieren wir erstmal die erste zahl drei zwei eins aber wir sind ja gar nicht im live stream 40 4010 4010 suchen wir die zahl gemeinsam raus 4010 wer ist am nächsten dran 4000 schauen wir ob noch jemand näher dran ist sieht nicht so aus ich muss mal gucken ob ich das irgendwie näher machen kann nein geht geht irgendwie nicht moment damit sollte es auch gehen ne auch nicht doch ein bisschen funktioniert es so hier oben haben wir die 4000 die zahl 4000 das ist frau mit keule hat gewonnen dann notieren wir uns die mal platz 3 ist frau mit keule dann generieren wir jetzt die nächste zahl machen wir so 3226 ich hoffe ihr könnt es gut erkennen 3256 ja hier die 3480 ist schon nah welche zahl war das jetzt die nava 3400 3480 ja die zahl ist hier noch näher dran gehen wir mal wieder zurück auf die erste seite wer war das hier muss man das ja mal speichern hier warte doch hier ne moment notieren wir uns das direkt mal mit der zahl 3 da mit der zahl 3 da ist noch jemand da der nahe genug dran ist nein das wäre dann fire and flamme platz 2 dann gehen wir zu der nächste zahl generieren 4743 so nochmal von ganz vorne 4700 die erste seite ist nicht nah genug dran schauen wir uns die zweite seite an 4000 haben wir 4900 die ist jetzt glaube ich die am nächsten dran ist ja 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 kommen wir näher 4700 48 okay untenstrich tv du hast ja fast getroffen ich glaube du gewinnst auch damit den platz 2 platz 1 platz 1 platz 1 ne das war die zahl muss ich den namen kopieren ok unterenstrich tv herzlichen glückwunsch auch an die anderen zwei plätze frau mit keule und fire and flamme herzlichen glückwunsch ihr habt gewonnen die preise stehen ja ganz vorne im im beitrag hier einmal drachenei beacon zwei beacons 10.000 dollar und 5 mal beacon ihr könnt euch bei mir per konversation hier oben melden wo haben wir das jetzt so hier oben könnt ihr eine konversation starten da könnt ihr euch gerne bei mir melden jetzt muss ich das mal hier wieder irgendwie einrichten ich glaube ich habe es kaputt gemacht ne immer noch kaputt so vielleicht ah nicht ganz aber so jetzt oder ne du das jetzt ich muss das noch lernen leute ich bin ja schon dabei so ich habe direkt auch eine neue verlosung schon gestartet das video werde ich da noch einbinden ihr habt auf jeden fall gewonnen könnt euch melden ich liefer das dann aus mache ich einen termin mit euch am besten wo ihr das kriegt und zwar hier verlosung magnet hd hashtag 3 bei der nächste woche wird es dann hashtag 4 heißen und darauf die woche dann hashtag 5 und so weiter hier könnt ihr diesmal 10 beacon gewinnen 5 beacon gewinnen und 3 beacon gewinnen ihr markiert 3 freunde ihr könnt auch gerne mehr markieren und ja ihr könnt mich auch auf youtube abonnieren wenn ihr vielleicht das video euch anschaut dann seht ihr könnt ihr mich auch direkt abonnieren oder habt mich schon abonniert würde mich auch freuen wenn ihr die glocke aktiviert und ja ich mache fast täglich ich versuche fast täglich live streams zu machen einige wissen das schon einige wissen auch dass ich sehr vieles in den live stream verlose wenn genug zuschauer natürlich dabei sind und würde mich freuen wenn ihr mich echt unterstützen würdet auch hat den freunden bescheid sagen guck mal hier magnet verschenkt items die ganze zeit wenn es wenn er zuschauer hat ich würde mich sehr freuen wenn ihr mich dabei unterstützen würdet meinen kanal weiter empfehlen würdet ihr seht ihr ich bin ganz neu auf youtube habe gerade mal paar abonnenten 258 aktuell und ja was soll ich sagen heute kommt später noch auch noch ein live stream nach dem video vielleicht sogar gleich schon ich bin mir nicht sicher wenn ich einen starte und ja das wollte ich nur sagen und herzlichen glückwunsch nochmal an die gewinner die da mitgemacht haben wie gesagt hier könnt ihr nochmal für diese woche nochmal reinschreiben könnt da drei freunde markieren wieder ich habe da schon einige markiert damit da schon was ist und ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis bald ciao ciao